Der Einsatz von Drohnen im Weinbau hat einige Vorteile bezüglich Effizienz und Umwelt. Doch vorab muss erwähnt werden, dass entscheidend ist, was mit der Drohne in den Weinbergen versprüht wird. Chemisch-synthetische Pestizide oder auch eine zu hohe Menge an biologischen Pflanzenschutzmitteln wie Kupfer und Schwefel sind natürlich schädlich für das Ökosystem, egal ob sie mit dem Traktor oder mit der Drohne ausgebracht werden. Ein wesentlicher Pluspunkt beim Drohneneinsatz ist die CO2-Einsparung. Drohnen werden im Gegensatz zu herkömmlichen Traktoren elektrisch betrieben und reduzieren somit den CO2-Ausstoß erheblich, besonders wenn sie mit erneuerbarem Strom betrieben werden. So können Komposttees und biologische Pflanzenschutzmittel vergleichsweise effizient und klimaschonend ausgebracht werden. Ein weiterer Vorteil ist die geringere Bodenverdichtung, welche man durch das Einsparen von Traktorfahrten erreicht. Im Gegensatz zu schweren Traktoren fliegen Drohnen über die Weinreben und hinterlassen keine Spuren im Boden. Dies schützt die empfindliche Bodenstruktur und fördert die Gesundheit der Reben und des Bodenlebens. Zudem können die Reben auch bei nassem Wetter behandelt werden, wenn die Weinberge für Traktoren nur schwer zugänglich sind. Dies kann bei einem hohen Krankheitsdruck der Reben äußerst hilfreich sein. Zudem sind oft auch schnellere Behandlungen möglich. Eine Drohne kann ziemlich große Flächen in kurzer Zeit abfliegen. Dank präziser Technik ermöglichen Drohnen genaue Applikationen. Pflanzenschutzmittel können punktgenau ausgebracht werden, was gewöhnlicherweise den Verbrauch reduziert und die Umwelt schont. Drohnen können auch verschiedenste Daten aus der Luft erfassen und Strukturelemente im Weinberg, wie Bäume, Hecken etc., bei einer Behandlung aussparen. Es können auch für den Traktor schwer zugängliche Weingärten ziemlich einfach behandelt werden. Weinberge, die zum Beispiel nach dem Keyline-Konzept entlang der Höhenlinien angelegt werden, anstatt in geraden Reihen, können mit der Drohne problemlos behandelt werden. Ein Nachteil kann sein, dass die Applikation von oben erfolgt und nicht seitlich, wie bei Traktoren. Die Blattunterseiten der Reben können so etwas weniger gut behandelt werden. Eine der möglichen Gefahren beim Drohneneinsatz ist der unerfahrene Umgang mit der Technologie. Drohnen erfordern Fachwissen und regelmäßige Wartung, um sicher und effizient betrieben zu werden. Zudem besteht das Risiko von technischen Ausfällen, die die Arbeit beeinträchtigen könnten. Bei starkem Wind muss außerdem aufgepasst werden, dass die Abdrift nicht zu stark ist. Ein weiteres Risiko ist die Störung der Tierwelt. Der Lärm und die Präsenz der Drohnen können Vögel in der Luft und Tiere in den Weinbergen und den umliegenden Gebieten verschrecken. Es ist daher wichtig, den Einsatz der Drohnen gut zu planen und zu überwachen. Zusammengefasst bietet der Drohneneinsatz im Bio-Weinbau viele Vorteile, die zu einer nachhaltigeren und effizienteren Landwirtschaft beitragen können. Durch einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser Technologie überwiegen sie aus unserer Sicht. Wir empfehlen unseren Winzerinnen und Winzern deshalb, die Anschaffung einer Drohne in Erwägung zu ziehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017